Raketenabwehr in Rammstein. Die Kommandozentrale für den geplanten NATO-Raketenschild wird in der US-Airbase von Rammstein eingerichtet. Mit dem Schild sollen vor allem mögliche Raketenangriffe aus dem Nahen Osten abgewehrt werden. Russland lehnt den Schild ab. Präsident Medvedev drohte im November mit der Aufstellung neuer Angriffssysteme nahe der Grenze zu EU.